Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallö! Ein Hallö, ja zusammen. Jetzt müssen wir bloß irgendwie gut teilen. Okay, was sagen wir? Hallö? Hallö, oder? Auf 3, 2, 1? Ja. 3, 2, 1. Hallö! Ja! 3, 2, 1. Hallö! 3, 2, 1. Hallö! Es wird nicht besser. Nimm irgendeins davon. Ist ja egal. Also so synchron, wie wir gerade Hallö gesagt haben, hoffentlich spielen wir nicht so. Oder zumindest besser, nicht... Ja. Ziehen wir es mit Stuttgart durch, oder? Egal. Hättest du gerne ein anderes Team? Da kommen wieder die Eigentore. Wie in der vorletzten Folge. Ne, mir ist ganz egal. Milan gegen Stuttgart. Ich glaube, wir probieren es einfach, oder? Kann ja in der Euroleague durchaus so passieren. 4 gegen... Okay. 3 gegen 3. Ja, das... Makach wird es bereuen, weil... Er spielt jetzt halt Stuttgart, ja. Warte, ich spiele Torwart. Ja, ich auch. Soll Makach doch selber machen, ja. Ich spiele linker Pfosten. War das ein Pfosten? Ne, oder? Super. Voll gegen Pfosten gesämmelt. Ich bin eigentlich sicher gewesen, dass der drinnen ist, aber gut. Ich hätte nicht so viel vom Pfosten reden sollen. War echt. Das musste ja so kommen. Glotz. Da glotzte mal. Abseits. Abseits. Ich glaube, er pfeift den Freistoß, ja. Hallo? Hallo? Makach. Jetzt habe ich meinen Koch gelesen. Ja, Christian! Oh, ihr gleiche Taktik wie beim letzten Spiel. Nein, nein. Oh, schade. Oh, jetzt kommt die Spülanalyse. War ich vorhin so ballverliebt? Ja. Viel zu ballverlieben. Ja. Das wäre aber auch voll gewesen, glaube ich. Weil, hallo? Hallo? Ja, wo stehe ich denn mittlerweile? Ganz vorne ist ja auch schön. Die, ähm, VfB-Gesänge, die du im Hintergrund hörst, sind aber schon original. Also, das haben sie ganz nett gemacht. So, diesen Wechselgesang. Zieh den Bayern die Lederhosen aus. Lederhosen aus. Ja, super. Oder welche Gesänge sind in deinem Hintergrund? Ne, man hört so, äh, VfB-Wechselgesänge, quasi. Das ist... VfB ist in der Wechseljahr. Ne. Auch. Also, ne, aber... Ja. Hast du das rausgehört? Nicht schlecht. Das hören die wenigsten raus. Oh. Boom. Ich bin wieder, äh, in meinem, äh, Desktop. Ich hoffe, ich bin noch im Spiel. Ne. Ja, wunderbar. Mein FIFA hat sich verabschiedet. Gut, dann... Dann gewinnen wir meine Hebel. Los geht's! Ich spiele auch gerade alleine. Das ist auch nicht schlecht. FIFA wird gestartet. In meinen Anmerkungen der Redaktion schon wieder. Danza Man spielt jetzt FIFA. Nee. Will ich sehen. Er hat's zumindest fest vor. So. Syren. Boom. Bist du? Soweit? Bist du soweit? Ich bin wieder da, ja. Ich bin wieder da. Lololala. Das hat keiner gesehen, das schneiden wir raus. Bist du noch da? Ja. Ich lausche... Ähm, deiner Stimme. Meiner Spüle-Analyse. Ja. Na komm. Ich will keine Nick Baumann erstellen. Da 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 da. So, sind wir jetzt soweit, ja? Sehr gut. Brasilien gegen Schalke? Okay. Brasilien. Bitte sofort, Brasilien. Teamspiel, äh... Schnelle Spiele. Schnelle, schnelle. Sehr schnelle. Ein, 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 links, 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 links. Links, äh, links ist das andere. Das, das, das andere rechts, ja. Alles klar. Ah, schön, viele Leute. Brasil. Ich muss mich kurz ausziehen. Oh Gott, Augen zu. Ach nee, halt. Zum Glück hast du die Webcam nicht angemacht. So. Während sich Valvorik auszieht, äh, gucken wir mal... Ne, wir sehen noch keine Erwandschaftsaufstellung. So. Ich hab, ich hab allen gesagt, sie sollen die Augen zumachen. Hab dann aber festgestellt, dass wir ja gar keine Webcam hatten. Also, halb so schlimm. Ah, um, ja, genau. Ich dachte nur jetzt tanzen, wir gleich Samba und da. Ach so, deshalb hast du dich... Genau. Obenrum hoffentlich nur freigep... Du musst nicht, du musst nicht die Wahrheit erzählen, ist schon okay. Ich muss jetzt nicht antworten. Du kannst doch einfach sagen, du hast nur obenrum ausgezogen, obwohl... Obwoll ich nur oben anhat, wolle ich. Sechs gegen fünf, auch schön. Ja, wird wieder schön unübersichtlich. Wahrscheinlich. Wir spielen wieder irgendwas wie, keine Ahnung, Lila oder so. Dani Alves. Um genau zu sein. Ach nee, zuerst rechts und dann links vorbei. Schön. Ich hab auch zuerst da vorbeigeschossen. Er ist jetzt drin. Also, geht doch. Skillbebe. Skillbebe. So, sind wir soweit, oder? Connection, Baby. Hallöchen. Hallö. Ja, dann schieß mal halt noch ein paar. Geh mal halt... Ach so, da... Ach so, da... Du musst schon noch auf Start drücken, ne? Hab ich doch. Ich hab auf Start gedrückt. Geld bin ich. Was bist du? Glün. 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 Was denn? Wer ist denn da? Hellblau. Himmelblau. Der hat ja 100 Jahre daneben geschossen. Die Anzeige finde ich auch schick. Ja. Gelb und grün. Hat was, ja. Die Tore sind leider so ein bisschen... Ja, da fehlt die Spannung. Oder sie sind anders gespannter als in Europa im Normalfall. Da fehlt die Spannung. Da fehlt die Spannung. Dann werden wir halt Spannung ins Tor bringen. Mit Glatz. Wieso nicht, ja. Glatz, tolle Leistung. Glatzlos. Äh, glanzlos. Wie war das? Die Glatze ist glanzlos. Nee, das war wieder anders. Nein, ich hätte nicht Spieler wechseln sollen. Jetzt bin ich wieder irgendwer am anderen Ende des Feldes. Ohohoho. Das warst du, oder? Ja. Dazu stehe ich. Nach meiner Vorlage, by the way. Aber gut. Nicht die Hand heben. Da unten. Ich war schuld. Handkomm. Uh, gegen vier Chelsea-Spieler. Was? Chelsea? Schalke? Äh. Ne? Bleibst du drin? Bleibst du drin? Ja. Gut gemacht, Godi. Danke. Das ist dein Tor. Zumindest 98%. Den hab ich. Nee, ich zähle. Ja, schieb mich ruhig weg. Schiebung. Ich war so verwirrt. Komm, Godi. Den hast du. Glatz. Glutz. Wenn der da durchgegangen wäre, hätte ich mal geguckt. Also, wer weiß, wie unser Torwart vorher war, oder wer den gesteuert hat, da hätte ich es einfach auch mal probiert, glaube ich. Einfach mal. Ähm. Hallo? Ja. W-w-w-w-wieso war ich auf einmal der Spieler? Das könnt ihr mir auch gerne mal kommentieren, Leute. Mann, 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 Mann. Ich glaube, da habe ich dieses blöde Auto-Switch ausgestellt, was mich ja nur nervt. Ja, ich habe es auch ausgestellt und der Switch manchmal trotzdem. Also ich bin da... Ich bin ja froh, in Anführungsstrichen, dass es nicht nur mir so geht. Allerdings ist es schade, dass es überhaupt vorkommt. Ja, das hat gerade echt genervt. Böse EA! Böse! Macht das bei FIFA 13 besser. Beim Update. Ja. Ich habe so das Gefühl, es ist leicht unausgewogen von der Mannschaftsstärke. Ja, und das... Also von den Leuten, die spielen, meinst du? Ja, so ein bisschen. Weil wir sind so ein bisschen... Ich meine, wir reihen uns vom Niveau her, glaube ich, mit unseren Mitspielern ein. Oh. Oh. Aber ja, die anderen sind halt wesentlich besser. Wobei aus der Perspektive noch ein Einwurf für den Gegner ist auch... Ja. Ja, ist klar. Und den dann noch zu versemmeln ist auch... Ja, genau. Abseits. Durch unser Glück irgendwie abseits. Alter. Hahaha. 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 Was denn? Hahaha. Hahaha. So fünf gegen eins. Hahaha. Hahaha. So Glatz, jetzt liegt's an dir. Was war denn jetzt das? Wer hätte den erreicht? Ja. Ne, den wollte er überheben, aber... Ja. Hahaha. Hat ja funktioniert. Ganz toll. Hahaha. Ja. Hört man mich eigentlich, wie ich M&Ms esse? Ja. Hups. Ne. Ne, keine Ahnung. Hahaha. Einfach mal permanent. Ja, ja. Solang du mir keine abgibst, hört man's. Hahaha. 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 Aber ich weiß, bis du die geschickt hast und so, ne, ne. Hahaha. Da willst du auch kein Mensch mehr haben. Hahaha. Hahaha. Wir atmen mal kurz alle durch. Äh, ja. Genau. Darüber wollte ich spielen. Hahaha. Hahaha. Der wollte auch dorthin schießen. Hahaha. Mann, 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 Mann. 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 Mann, 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 Mann Obwohl Brasilien hat ja letztens auch geschwächelt. Ja, aber so allein von den Spielertypen her, weißt du? Das stimmt schon. Das wäre dann... Ja, wenn das kein Abseits war, ich wollte gerade sagen. Ja, Brasilien sehe ich gerne eigentlich. Die zaubern immer so ein bisschen. Manchmal zaubern sie zu viel und fliegen deshalb raus. Gibt es auch. Die haben schon echt gute Spieler. Schade, dass Ronaldinho keine gute Phase mehr hat. Ach. Finde ich, der war einer der besten Spieler, die es gibt. Wo es gibt. Ja, der hat aber, glaube ich, auch dann irgendwie unter seiner Überheblichkeit ein bisschen zu leiden gehabt, oder? Ich glaube auch fast. Wäre jetzt so... Ja, nee, ist der... Oh, scheiße. Aber von seinen Skills, Baby, war das sicher einer der besten. Definitiv, ja. Aufpassen, ja. Hä? Hat der gerade zu mir geschreit. Aufpassen. 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 Mag der nicht vielleicht? Nein, mag er nicht vielleicht. Ach. Das macht mich jetzt wieder traurig, das Spiel. Oh. Oh. Schreibst du mir bitte in die Kommentare, oh. Wenn ihr es bis dahin ausgehalten habt. Ein ganz großes Oh. Dann sehen wir auch gleich, wer noch dabei ist. Jeder, der es bis hier ausgehalten hat, einmal Oh. Die anderen sind schon alle eingeschlafen oder haben abgedreht. Meine Fresse. Was können die eigentlich? Nicht. Ich. Hum, Agro-Torwart. Nein, was macht er denn? Das tut so weh. Wir hätten doch so weit gehen können. Ich war... Mann, 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 Mann. Es wäre alles besser gewesen. Ah, jei, jei. Das tut so weh. Ähm. Abseits. Ne, das nicht, 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 das nicht. Jawohl. Das nicht, das nicht. Man möchte es ihm zurufen, er hört mich ja nicht, aber ist ja egal. Von dem Spiel habe ich auch noch nie was gehört, muss ich sagen, eigentlich. Lukas Leder? Lever. Ne, sagt mir ja auch nichts. Den haben wir gleich mal falsch ausgesprochen. Lukas Leder? Ja, ja, kenne ich. Ach, den? Ja, ja, den kenne ich. Naja, gut, aber man muss ja dazu sagen... Wieso merkt er sich denn das? Ja. Das alte Problem. Man muss ja dazu sagen, wenn da irgendeiner in der brasilianischen Liga spielt, muss ich den kennen. Außer alle ehemaligen Alt-Stars, die wieder zurückgehen nach Brasilien. Oh, ho, 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 ho. Ja, gut. Aber die sind ja dann auch schon über 30 und die habt ihr irgendwo schon mal gesehen. Hm. Im Normalfall. Für die ist es dann auch meistens die letzte Station. Ja. So Ronaldo oder Ronaldinho ist ja auch zurückgegangen. Ronaldo war aber auch, dass der ins Flugzeug gepasst hat. Ja, schon. Hum. Wobei der hat jetzt irgendwie neulich mal in Deutschland ein Benefiz-Spiel mitgespielt. Ein Benefiz? Benefiz, ja. Und, ja, also, da muss ich sagen, hat er sich gar nicht so doof angestellt. Ach. Was hat er gesagt? Benefiz, Alissabon? Ja. Nicht irre machen lassen. Aha, wieso macht er da? Wieso drück ich und er reagiert nicht? Aha. Das wär's gewesen, das wär's aber sowas von gewesen. Ah. Skid Baby. Das ärgert mich. Wo bin ich eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ah, da bin ich, da bin ich. Ich hab mich gesehen, ich hab mich gesehen. Kurz. Ja, nee, ist klar. Nochmal ein Hackentrick im Schlaf. Mach mal, mach mal immer so. Heute steigt für sie der Blutdruck. Ja. Ja. H1 sollten wir schon noch machen, oder? Oh. Foul, Baby. Foul von Raoul? Nee. Da ist was. Foul. Bei Raoul. Ja. Dem lahmen Gaul. Nee, okay. Jetzt führt's zu nix mehr. Jetzt ist es ausgelutscht. Ja. Eine aufs Maul geht noch vielleicht, aber... Ja, die kriegen wir gleich. Vier Chelsea-Leuten da vorne. Wieso sag ich immer Chelsea? Ich hab dich vorher schon berichtet, dann hast du mich... dich kurz auf Schalke eingefroren, aber dann war's wieder... war's wieder Chelsea. Naja. Vielleicht hab ich das Blau einfach verwechselt. Du guckst ja nicht so viel deutschen Fußball an. Huhu. Ah, was war... Abseits. Mann. Aber ich hätt ihn doch gekriegt. Ja. Aber ich hab ihn gekriegt. Ja, aber ich hätt ihn doch... Ich war schneller. In dem Spiel mag's ja mal so gar nicht klappen. Nee, nee. Irgendwie auch mühsam. Also ich mein, schon lustig, wenn so sechs Leute auf einmal spielen, aber... Man sieht den Ball so alle zehn Minuten mal. Ist einfach nicht übersichtlich, ja. Egal, was du tust. Und dann musst du irgendwas zusammenbringen in dieser kurzen Ballannahme, bevor wiederum irgendein eigener dich entballt. Wenn du Glück hast, ist es ein eigener, ja. Du kannst wenigstens auf ihn schieben, aber... Ach, Jana hat sich nur verletzt. Bei was denn? Beim Lachen. Was? Schon wieder Abseits, oder was? So, ein bisschen spät gepfiffen, oder? Minimal. Boah, scheiß. Uh. Alter, Falter. Den hat er einfach mal reingeklopft. Ja. Ja, nee, ist klar, mach einfach nix. Ist auch gut. Ich? Nee, der andere da, der beim Anstoß... Ich mach nämlich gerade nix. So. Spiel doch! Okay. Bisschen unnötig jetzt gerade noch. Weg damit, weg damit! Ja. Schade. Ach, ja. Meine drei Einwechslungen waren auch ein bisschen zu spät. Ein Tick. Ein kleinen Tick zu spät. Boah, die Spiele waren alle schon am Sand. Ach, daran lag's. Na dann. Ist ja alles klar. Der Samba war vorbei. Gut. Ja. Ähm. Ja. Aber sowas von... Ich würde sagen, das war es mal. Ja. Ich auch. Aber wir hatten ja auch positive Erlebnisse. Belassen wir's dabei. Vor allem am Anfang. Ja. Na gut. Dann macht's gut. Und ja. Ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder. Ja. Und ich hoffe, es hat euch doch Spaß gemacht. Und ähm, ja. Freu mich schon auf die nächsten Parts. Ich mich auch. Bis dann. Man sieht sich. Ciao. Wie geil war das denn? Ich hab eigentlich auf Flanke gedrückt, aber der hat ihn reingeklopft dann. Ja, das war mein Tor. Yay. Uh.